Hallo und damit herzlich willkommen zurück hier zu unserem Adventskalender Tag 3. Und die heutige Frage ist eine ganz simple Frage und zwar folgende. Mit dem 1. Advent beginnt das a. Weihnachtsfest, b. Kirchenjahr oder c. Karnevalsjahr. Wenn ihr glaubt die Antwort zu wissen, könnt ihr gerne euren Tipp in den Kommentaren abgeben und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020